Und weiter geht's mit Assassin's Creed Revelations. In der letzten Folge haben wir den ersten Schlüssel von Altaïr gefunden, weswegen wir überhaupt erst nach Konstantinopel gekommen sind und machen hier die nächste Mission. Die Markierungen kommen mir bekannt vor. Auch das Material ist mir schon einmal begegnet. Genau wie der Edenapfel. Antike Technologie der ersten Zivilisation. Gänsehaut, Gänsehaut, weil das so cool ist. Oh, ich finde das so cool. Ich feiere das immer und immer wieder, weil ich das so cool finde. Masjav, 1189, Alter, ihr im Alter von 24 Jahren, des Mentors Wächter. Seid ihr verletzt? Gebrochener Fuß. Wie ist euer Name, Bruder? Altaïr, Sohn des Umar. Umar, ah ja. Ein guter Mann, der starb, wie er lebte. Mit Ehre. Altaïr, wir wurden verraten. Der Feind hat die Burg im Sturm erobert. Das verheilt. Und Al-Mualim, wo ist er? Er war im Innern, als die Kreuzritter durchbrachen. Wir können nichts mehr für ihn tun. Altaïr, wir müssen hier weg. Sobald ich das Tor schließe, fallt ihr den Kreuzrittern im Dorf in die Flanke und treibt sie zur Schlucht. Das schafft ihr doch niemals. Abbas. Keine Fehler. Wenn ich mich nicht täusche, spiele das hier sogar vor Assassin's Creed 1. Nein, bitte! Verschon dich das Kleck! Ja, aber wir sollen zur Burg. Ich glaube, ich glaube, es ist keine volle Synchronisation. Oder? Gab es hier eine? Ich muss mal kurz nachgucken, bevor es heißt. Oh, doch, es gab welche. Alle Bürger retten. Das sind alle schwarzen Pantorin, wenn ich mich nicht ganz täusche. Den holen wir uns! Dam dam, dam dam, dam 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 dam. Ich käufe hier! Zusammen schnappen wir ihn! Nella Brüder! Aber das war doch hier bei irgendwo. Waren das die Bürger? Auf Wiedersehen! Habe ich nicht auch irgendwas? Ja. Das war die falsche Taste. So. Hier gibt es immer noch, das zu machen. Das war gar nicht, wo ich war. Da oben sind die. Da oben sind die. Lalalalalala. Oh, haben sich meine Assassinenkumpel schon drum gekümmert. Ist das richtig? Oh, die schwarzen Bung, das sehe ich auf der Karte gar nicht. Burger, ihr braucht nicht länger Angst zu haben. So. Die hätten wir. Da kommen ganz viele neue Templar. Egal. Egal. Gehen wir einfach weiter. Die haben wir, glaube ich. Ich glaube, hier ist dann noch einer. Auf ihn, ergreif den Basten. Oh Gott, ich muss gleich liefen. Entschuldigung, weil ich glaube, das hat man gehört, weil ich den Regler nicht komplett runtergedreht habe. Also, es tut mir leid. Ich habe den Regler nicht mehr komplett ziehen können. Lasst es. Schöne Leute. So. Da ist er! Ich habe doch nichts Falsches getan. Oh. Nein. nein so hat meine schwarzen punkte glaube ich ich bin einfach mal weiter ich hoffe es hat alle schwarzen punkte erledigt also alle bürger die ärger hatten ich hoffe es mal den kreuzritter unentdeckt eliminieren noch ein schritt und euer mentor stirbt ihr kommt nicht mit dem leben davon verräter nein ihr missversteht ich bin kein verräter denn ich kann nur die verraten denen ich einst treu war ihr habt eine lüge gelebt das macht euch noch erbärmlicher und so jetzt muss man da rein jetzt ruft ihr euren schoßhund um euch zu beschützen ihr enttäuscht mich warum teilt ihr nicht mit allen was ihr gelernt habt wie ein wahrer assassine warum teilt ihr das wahre ausmaß eurer ambitionen nicht mit euren brüdern wo ist euer gemeinschaftssinn nein kann schnell sein noch ein guter mann ist tot und ihr schweigt weiter das überrascht mich ihr habt mich so viel gelehrt allem doch geduld gehört nicht dazu sprecht oder ich schneide euch die zunge heraus und ihr sprecht nie wieder wieder sehen ihr habt so viel vertrauen zu den menschen alter ihr die tempel erkennen die wahrheit menschen sind schwach dumm und engstirnig nein unser credo beweist dass ihr unrecht habt vielleicht bin ich nicht weise genug zu verstehen doch ich vermute das gegenteil ich bin zu weise um an solchen unfug zu glauben ihr botet ihm gelegenheit seine würde zu retten warum niemand sollte dahin scheiden ohne erbarmen zu erfahren doch er wollte euer erbarmen nicht das war sein recht alter ihr ich sah euch aufwachsen vom jungen zum mann in so kurzer zeit es erfüllt mich mit schmerz und mit stolz ihr tragt eures vaters schuhe als wären sie euch auf den leib geschneidert ich kannte ihn nicht gut als vater er war ein assassine vor allem auch ihr wurdet in den orten geboren bereut ihr es etwa und das einzige leben bereuen das ich kenne ihr findet einen weg bei zeiten und es obliegt euch den weg zu wählen den ihr vorzieht kommt mein knabe haltet eure klinge bereit die schlacht ist noch nicht gewonnen ok alle angegriffenen bürger retten habe ich nicht geschafft gut gut dann eben nicht habe ich irgendwo was übersehen habe ich pech gehabt habe ich pech gehabt egal das mache ich nach das ist nicht so schlimm als ein ganzes level dann enthalten sie also erinnerungen diese schlüssel diese alten siegel doch was will alter ihr uns sagen frage ich mich was soll die zukunft wissen oder erfahren das weiß bisher nur alter ihr so das finden wir dann können wir jetzt hier weg aber wo war denn noch was ich habe richtig das alle erledigt so ich möchte gerne ein paar aussichtspunkte machen habe ich gesagt deswegen gehen wir zum hippodrom wir machen jetzt nichts mehr weiteres außer aussichtspunkte und festen erobern und assistieren rekrutieren weil das muss ich jetzt langsam mal angehen ansonsten habe ich später im spiel ein kleines problem das bietet sich gerade etwas an das war hier nicht ein aussichtspunkt ich glaube ja richtig da war einer drauf hatte ich richtig im kopf hopp 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 da oben drauf hopp 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 und synchronisieren wie viele festen sind sind noch 56 zweier haben wir erobert ich glaube fünf stück sind es noch Mal ja nachgucken. Ich wollte eigentlich nicht Informationen über den Punkt wissen, sondern die Karte haben. Äh, Templar Assistant. Okay, wir haben noch vier Festen. Eine ist unterhalb von mir. Da habe ich keinen Fallschirm mehr. Okay, das überrascht mich gerade so ein bisschen. Nein, ich möchte nicht zum Schwarzmarkthändler. Ich möchte hier in das Gebiet rein. Ich stehe wieder in Feiglingen. So wie man das Spiel kennt. Das ist sofort abhaut, wenn man ihn entdeckt. Äh, das hätte ich ganz gerne. So. Gibt es hier zwei Hauptmänner? Sehe ich das richtig? Ach, nö, bitte nicht. Okay. Ach, nein. Das sind nur die... ...Kommando-Diener. Stimmt, das sind diese Kommandos. Komm. Ganz schnell, damit der weg ist. Wenn wir zur Ruhe haben. Okay. Die müsste es anscheinend gerade scheißegal gewesen. Äh... So, das waren die nämlich. So, jetzt müssen wir den Hauptmänner erst mal finden. Das ist er nicht. Das ist auf jeden Fall der Laufweg. Das heißt, der kommt hier vorbei. Okay. Hm. Wo ist denn der? Äh... Oh, verdammt. Das sind beide Tentler-Hauptmänner. Ich sehe ihn nicht mehr. War wohl nichts. Nummer eins und ich nimm mir Nummer zwei. Dann passt der Shit. Nein, es ist besser. Ich nimm dir hier. Ich nimm dir nicht. Ich nimm dir nicht. Ich nimm dir nicht. Super. Das hat nichts intoniert. Das hat mich gerade glücklich gemacht, so wie das geklappt hat. Und es waren zum Glück keine Feiglinge, die sofort abhauen. Da waren es nur noch drei Festen. Ich müsste mal echt Assassinen rekrutieren. Wir laufen keine über den Weg. Das ist eher das Problem. Aber da hinten ist was. Da gehe ich jetzt erst mal hin. Das Bomben-Dinger. Ach nee, ich glaube jetzt diese... Boah. War das das Rennen? Die Bettlerin verfolgt und fangen die Bettlerin an. Ich sehe mal nach. Ich weiß an alle Schifahren, die verbleiben. Die Bettlerin verfolgt und fangen die Bettlerin an. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Aber da ist das Rennen. Aber nur wenn ich hungrig war. Es gibt bessere Anwendungen für diesen Trick. Kämpft für die Assassinen. Kämpft für die gute Sache. Es wäre schön, Teil von etwas Größerem zu sein. Ich werde an eurer Seite kämpfen. Sehr schön. Hätten wir das auch? Wo ist das Nächste? Was ist das Nächste, was wir machen können? Da ist noch ein Aussichtspunkt, den wir machen können. Aber da sind zwei Punkte. Wir machen die zwei Punkte noch da, rechts. Dann haben wir noch zwei weitere Assassinen. Das ist mir gerade wichtiger, damit ich den Pfeilhagel wieder freischalten kann. Der sehr praktisch ist, dann bei festen Eroberungen. 100 Meter ungefähr noch gut. Hier dürfte auch eine Schnellreisestation bestimmt in der Nähe sein, dass wir uns dann wieder nach links teleportieren können. Legge die Legge. Dem Bürger helfen. Sehr gut. Meine Geduld hat Grenzen. Wenn du nicht schnell etwas... Das war's. Ihr seid nicht allein, Arkadessin. Und ihr müsst keine Angst haben. Lasst mich eure Hilfe mit Taten zurückzahlen, Assassine. Wenn ihr mich wollt, schließe ich mich euch an. Bitte. Tue das. Da ist ein Herold, zu dem ich erstmal kurz renne. Sie zerreißen den friedlichen Teppich unserer... Was hat der für ein Problem? Äh, da geht's hier hoch. Damit kommst du nicht davon. Wache! Ähm. Unterdrücker! Haltet euch aus unseren Angelegenheiten raus. Beständig die Wache! Hier läuft ein Mörderfall um. Alter, Ezio. Hochziehen mit der Hakenklinge. Oh. Manchmal ist er schwer zu verstehen, warum er das nicht macht unbedingt. Oh, da fährt er komplett runter, der Idiot. Ich glaub, es gibt Geld. Komm. Oder auch nicht. Oder das. Ein Kilometer klettern. Da geht's höher. Darf ich jetzt? Ja, hopp. Zieh dich bitte hoch. Vielen liebend Dank, Herr Ezio. Ich glaub, da ist ein Animus-Fragment drauf, wenn ich das richtig gesehen habe. Ich glaub, es war ein Animus-Fragment. Wenn das ein Tartensymbol ist, brauche ich mich noch mehr. Nein, es ist ein Animus-Fragment. Fre-Fragment. Fre-Fragment. Interessiert mich aber nicht. Vielleicht will ich die alle offscreen einsammeln. Ich erinnere mich, hier unten war grad noch ein Symbol. Lass sie in Ruhe oder ihn? Ach so, ne, er das macht. Deine Rente springt ins Wasser. Der Bürger wurde getötet. Ja, weil er ins Wasser geraten worden ist. Danke, Assessina. Oh. Boah, ist das nervig. Boah, das ist ätzend. Was will ich denn da machen? Mein Assessin-Kumpel so schnell angerannt kommt und ihn ins Wasser stößt. Ach, egal. Dann werden wir uns in der nächsten Folge hier begeben, in dieses Gebiet. Werden die Feste mit dem Aussichtspunkt machen. Und dann die Mission. Bis dann. Ciao.